um ja auch das er hat auch geblieben akkur sind den M-Modus, ne? Passiv-Modus, ne? Und du hast ein Kopfgeld. Weil du den Bus geklaut hast. Oh. Und nun? Fahren wir ineinander. Ja, warum Kopfgeld? Jetzt können die mich alle killen, oder was? Naja, dann können die den Bonus. Echt? Ja. Irgendwie kriegen wir ihn. Oh, oh, oh. Bis zu noch hinten sogar. Ich kann genau den Scheiß Fahrer, alter, ey. War ja was gerade. Ah, nüchtern wär, könnte man das nennen. Wenn man trinken würde. Glaub ich auch nicht. Ich wollte auch die Taste drücken, dass ich zurückgucken kann. Oh, ich hab den Wagen. Jetzt geht's ab nach Hause. Na, wir haben ihn auch. Ja, wir haben ihn auch. Ja, wir haben ihn aber. Ob wir zu Hause ankommen? Du, ich fahr nicht. Das ist das Problem. Problem. Probleme gibt es nicht. Es gibt nur unfähiges Personal. Warte, ich warte, bis die Bullen weg sind. Machen wir Radio ein bisschen lauter goren. Ist das langweilig? Ich drück mal lachen. Hahaha. Kann ich das, oder was? Hahaha, das macht Spaß. Hahaha. Easy peasy. Hahaha. Ja, das ist auch so ne Sache, ja. Nur am rumtrollen, ne. Und wenn das denn, was das? Hä? Diebem? Ja. Hast du gesehen? Ich bin doch richtig gefahren. Jetzt noch mal ein Grind. Guck mal, zack. Fieserei, oh man. Kann ja was werden. Hahaha, scheiße. Kannst das Auto mal anstoßen. Hahaha. Hahaha. Ja, wohl dessen fiesig. 39, 41, Ne, wenn deins runtergeht. Wenn deins runtergeht. Du hast doch ne, du hast doch dreifache Weg an Leistung mit der Grafikart, oder nicht? Ja, ne, ich hab ne, äh, 1070. Ja, guck. Oder, aber das Spiel auch auf Anschlag, ne? Ja, okay. Ich geh nicht. Ich mach das meistens runter, weil mir egal ist. Acht FPS, man! Mein Spiel fickt mich! Hahaha. Okay, ich komm schon. Winter? Hast du das Auto schon gekriegt, Gorn? Ne. Ich kämpf hier mit dem Bohlen irgendwo in der Pampa rum. Und kill die selbst mit Kops? Ja. Dann fahr mal weg von dem Bohlen. Herzlichen, kommst weg. Müssen wir trotzdem zum Punkt hin? Was? Ich bin gerade bei Benni auf deinem Team. Ihr müsst herkommen. Gut, sind gleich da. Ihr seid weg. Hahaha. Nochmal? Das hat bei mir gerade geleckt, sorry! Wie ist halt Flauung? Per Schanz, du küsst gleich eine. Ich bin ihn erwischt! Getroffen? Ja, ein bisschen, ganz leicht. Haben Sie aber schnell angelaufen. Ich dachte, es wird obendrauf, ob ich so... Durch... Weißen hat die Reaktion so. Ah, gehen wir raus, oder was? Ja, was? Ich kann nicht mal beendet, das ist das Leck bei mir total. Hey, Zeit, du bald der Geil! Automatisch! Hä? Schieß mal! Ja, ich dachte, die wohl die anderen angreifen, da. Ich hab grad noch meine Haftmine gesucht. Der muss mich da hin! Fahr einfach mal zurück! Mario! Was machst du denn? Ich war fast tot! Ja, aber du fährst ja vielleicht tot. Hahaha!